Geh auf! Achso, bitte. Bisschen gestorben. Hätte ich mal meinen Hammer werfen sollen. Ups. Hm. Kannst mich zurück wollen. Ist das hier unten? Ja, ja, ja. Ne, ist das nicht links? Das müssen wir hoch. Nicht so weit. Offiziell bin ich schon wieder Erste. Ja, weil ich versuch Tore irgendwo wieder zu beleben. Und dir ist man leider nicht immer scheißegal. Immer scheißegal ist. Du guckst ja wohl nicht das Display vom Kaffeebecher LP an. Denn da würdest du nämlich sehen, dass mir das nämlich ganz und gar nicht scheißegal ist. Weil ich hole ihn nämlich jetzt wieder. Dankeschön. Oh, was hab ich damit zu tun? Du warst super nicht dabei. Das ist immer kolateralisch. Habt ihr das gesehen? Lass doch mit, du! Oh! Da bekommt die Definition eine Kreissäge. Eine andere Bedeutung. Ja, lachen sie eine Kreissäge. Aber guck mal, ich hab den gerade angeschmissen. Und dann bin ich da drauf gelaufen. Und dann kann ich da nicht runterkommen. Oh, da war Dorn! Äh! Ah! Ich lache. Ja, du siehst das richtig, Max. Das ist eine Leiche. Wie dich da hängt? Ja, oben ist Dorn. Das ging nicht. Ach, da! Ging die da! Ging die da! Diese Flanken, wa? Oh, diese, diese Vogelscheuche, wa? Guck mal! Jetzt! Oh! Es ist... So zum Kotzen, ey! Ich glaub, geh da runter, da kann ich die Kiste raufmachen, Jungs. Und Schwedl. Juhu! Ich kann irgendwie nicht springen, kann das sein? Nein, du kannst nicht springen, das ist richtig. Da von die Kiste raufmachen. So. Jetzt wartet doch mal, nicht so hektisch. So, jetzt kannst du springen. Spring! Ja, genau. Was ist denn so schwer? Das ist ein Dorn, da wollte ich nochmal nichts davon. Hm, deswegen lass ich mich runterfallen. Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Aua! Oh Gott, er ist tot! Er ist tot! Oh mein Gott, er ist tot! Das machen wir! Das machen wir! Keine Ahnung! Bam! Und... Jetzt aber! Boah! Ja genau, mach ne Vogelscheuche! Ja! Die Vogelscheuche hat den Blenden interessiert. Ich hab euch doch zurückgeholt gehabt. Habt das nicht gesehen? Nein! Ich muss ihn mit dem Hammer werfen! Mit dem Hammer werfen! Kommt, ihr schafft das! Los! Weiter! Bam! Ich muss mit dem Hammer bringen! Nein! 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 Rüber! Schau ihn! Aua! Nein! 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 Bamm! Nein 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 Go! Mach fertig! Hau die ihn, schlag ihn, schieß ihn mit Feisa Nein 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 Nein, tot! Wo ist mein Hammer, mein Hammer! NeeeeIN! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Puck! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Gut gemacht Luk, weiter geht's! Das war der harte Kampf, fui! Ich bin gerade so ein bisschen... Wow! Au! Ich pack da ne Kiste drunter. Autsch! Heute nicht! Nein! Warte! Ah, da oben sind Sachen! Hier! Aha! Nein, nein, nein! Oh fuck! Ah, das war jetzt so. So, jetzt geh ich mit denen. Oh, die kippen nach unten. Das ist ja schlecht. Timing. Timing. Oh! Oh! Nein! Oh Gott! Ich lebe. Oh, danke! Oh Gott! Oh Gott! Super Kampf! Macht weiter so! Schlagt sie in die Flucht! Das bin ich! Ja, deswegen hab ich halt drauf geschossen. Heute noch nicht. Wer geht dir? Na toll. er hat noch eine kleine schreit Prozent in den Schrauben in der Ort die Kreisäge Torpupaten Wartenkarten und für die gleiche die Kreisäge gesprungen das war der Mann nicht niemals die B Format oder bis so ein hochreich nicht ohne die der Schild das war der Plan ja genau das war der Plan der Plan wird gewesen hättest du gesagt ich wollte eigentlich festhalten weil der Bildschirm plötzlich fertig ist dass sich das bewegt so kriegen wir jetzt danach das das Level da die Selle das da unten Da kann ich doch bestimmt drauf gehen, von oben macht das ja nicht so viel. Levelaufstück ist noch dringend ran. Kriegst du auch noch? Ja klar, klar klar. Kleinen Moment. Was? Was ist das denn? Hilfe, Hilfe! Hilfe! Wieso ist das bitte schon nach unten gegangen? Oder unten ist auch noch hier, Dings. Hier unten, unter mir, ja. Kann ich genau da? Was ist das, Scheiß? Äh, rechts meine ich. Kann ich nach rechts. Komm nach rechts! Pierre, ordinär, bitte nach rechts. Und dann nach oben gleich. Was sehen Sie das? Ganz genau. Ja. Ja, das ist genau so. Ja, wo ist das Checkpoint? Scheiß, noch ein Checkpoint. Machen wir erstmal den... Ich hab hier keinen, glaub ich. Ach doch, ich hab einen. Müssen wir überhaupt... Ich hätte einen, aber wir wollen ja lieber drüber, die einen haben. Ja, dann... weißt du, wie... Ich muss dann noch über die ganzen anderen Sachen drüber, ne? Komm. Ja, fein. Wir brauchen Wasser für hier unten. Wir brauchen Wasser für da unten. Kein Problem, wir haben ja nirgends wo was liegen. So, haupte da, 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 da... Erstmal gucken, was das was er da macht. Ich da hinten nicht was? Ach du kannst uns mit deiner Dings bewegen. Ja. Sag mal, ich muss mal hier erstmal was bauen, wenn hier nicht wieder rumleute vom Hübeln werden. Ja. Darf ich denn mal raus? Ah! Jetzt! Hau ab! Ja, aber da ist die Schlange! Hier, die, die Watte. Du kommst gleich in die Kreissäge. So, jetzt mach. Hm. Ach, das reicht, glaub ich nicht. Teore, ich muss sowas nicht. Nein! Das Wasser reicht's. Drei Pixel. Ganz genau. Natu! Natu? 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 Na? Ja? Ja komm her! Komm her! Na? Na? So, jetzt kann er machen. Bekommt der Baustamm her? Den hat er geholt. Den hat er geholt. Drei Pixel. der Klappe schlagen war nur ab zu ihm er hätte er hat das ist auf jeden Fall nicht klar und jetzt ist in die Regel mit der Kölner er zurück dann ich trau mich nicht der gleiche schiefen es muss die höhle sein die rosa will erwähnt hat sie so römer zum schloss führerschen ich will auch ein ach weil du vorgelaufen ist ja schade als die helden den dunklen wald verließen war ihnen leichter ums herz rosa zufolge führte der schnellste weg zum schloss durch die höhlenartigen tunnel der weg führte nach unten unter den wald in die pötel wir sind keiner von diesen sprechenden blumen mehr begegnet ich schätze wir sollten los über die dinge explodieren damit mich darauf schlag jetzt brauchen wir die wahrscheinlich will mehr es brennt 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 was es brennt auch was ist hier man aber hier kann etwas vielleicht wachsen da kommt wasser von hier oben hier gesehen max kann man nicht ich kann nichts das ist nicht ein ernst ja ich kann da nichts sehen oh mann ja reicht m krass zu viel zu sagen die hübschen aber aber interessant spannend ja ich bin da hast du eine Truhe auf kannst du bitte das von Jaha 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 Max mach dir doch auf ein Sammelgedicht gefunden haben Rosie und ich geht vorsichtig weiter und fallet mir nicht Jaha also wenn ich es jetzt nicht besser würde die Schwester von ihm der sie ganz toll Autsch jetzt hast du da an der Kiste das hast du gesehen Autsch dumm 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 wo ist ne Kiste? hier hinten wäre ne Kiste für Max nützt ja nichts was soll ich damit machen? Oh das war wirklich dumm willkommen zu meinem Einzelplayer Let's Play Oooo what Too close Too close Willkommen da wo man kommt wo kommt die Treppe her das ist das ist Neuer Lande Blut jetzt da auch ob ich hier unten als natürlich die Liga oder ein Prozent bis auf die Gäste der Fall die Gäste die Gäste die Begründung ist gesagt nur für gerade die Gäste von der Aufnahme sich als war fest finde ich schön das glaube ich gar nicht aber wohin ich auch umdrehen da soll man zu dir auf der ob das dort da vorne kann man da weiter und darf ich da wieder hoch da kommst du nicht weiter nehmen mich immer beschuldigen und franz hier nicht wirklich magst du noch mal naja ist ja umgekehrt kannst kaputt machen mama ja das haben wir schon ja kannst du jetzt mal hier dass wir hier ach das ist so doch nicht und nicht euer ernst ich würde wiederholen kann da drüben am checkpoint ja zu mich doch einfach wieder am checkpoint er sieht nur mich ach so ja dann habe ich schon aufgemacht hier aber in ach doch du hast du heiliger im wagen im wagen im wagen die stadt im medien ein wenig wie die frau von amadeus aus wenn sie sauer ist ich glaube du hast recht hübsch so sieht deine frau aus magst du wieso musst du eigentlich